Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichten-Kanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Schön, dass Sie da sind. Bin gern willkommen. Man kennt Sie als sehr sozialen Menschen, man kennt Sie als einer, der da ist, wenn Hilfe benötigt wird. Was braucht es denn, wenn Menschen in Not sind, Ihrer Meinung nach? Das, was ich heute Abend erlebe, das brauchen wir. Mitgefühl und vor allen Dingen auch Bereitschaft zu spenden und zu helfen. Ich habe so viele beeindruckende Bilder heute gesehen, beeindruckende Menschen gesehen. Die mit ihrem Not und Elend so umgehen, dass sie sagen, man muss an sich glauben, wieder hochkommen. Wir helfen hier alle. Ich bin total begeistert von dieser Sendung und von allen hier anwesenden Menschen.